Vielleicht so weit weg, dass es nicht mehr richtig überschneiden wird. Ja, das stimmt. Wisst ihr noch damals, 2013, als auf Nostaria Ford so viele GTA-Videos kamen? Ich glaube, ihr vermisst das. Es kommt jetzt alles wieder. Zusammen mit Sachen erraten. Die gute alte Zeit. Einmal noch, oder? Ja. Aber jetzt muss ich das zweimal. Aber erstmal nur einmal. Ich glaube halt, dass ich das so langsam zu weit weg raus schluss. Nein. Nö, nö. Guck mal, der stand schon auf dem Ball. KALARU! Er fällt jedes Mal ein bisschen anders. Ja, ist echt geil. Er sagt immer so ein mexikanisches Alago Akbar. KALARU! KALARU! Gott, oh Gott. Ja, reicht. Eine Minutenregel, oder? Eins noch, oder? Naja, vielleicht schaffen sie es in einer Minute. Nee. Okay, tschüss. Ich versuche ihn zu schlagen. Im Flug schlagen. Oh. Wäh naw以前. Und damitHHH kurz...